Ja, danke Lea für die Superbehandlung unseres Ponys. Kann ich das auch mit dem Bütenschein bezahlen? Ja, das ist gar kein Problem. Ja, ich hab's ja den Honig erstmal eben raus. Einfach über die App machen. Ja, bitteschön. Prima. Ja, hat sich das? Wunderbar. Super, vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.